Ich muss nicht warten, bis mir jemand eine Weiterbildung anbietet. Wenn ich will, kann ich mich jeden Tag weiterbilden. Nach meiner Lehre als Maschinenmechaniker habe ich mich in Elektronik an der Technikenschule weitergebildet und im Nachdiplom-Studium zur Informatik ausgebildet. Das hat mir ein gutes Fundament für meine berufliche Laufbahn gegeben. Ich befasse mich unter anderem mit Themen wie Robotics, Internet der Dinge und Künstliche Intelligenz und prüfe, ob die Themen für unser Geschäft nützlich und hilfreich sind. Zum Glück ist es heute so einfach wie noch nie, an gute und verlässliche Informationen zu kommen. Mein Ratschlag an alle von 10 bis 99. Nimm dir jeden Tag ein wenig Zeit, sind es auch nur 15 Minuten, etwas Neues zu lernen, dich für etwas Neues zu interessieren. Werken in die EU